Dann mach ich zwei Spitzhacken. Eine für dich, eine für mich. Okay. Dann haben wir noch sieben. Ach guck mal, das ist fast alle geil jetzt, äh. Mach einfach mal alles voller Spitzhacken. Gibt's ja auch sowas wie, äh, wie Dings? Wie was? Deine liegt bei dieser Handy. Wie, wie Backpack? Bestimmt irgendwie. Wie? Ob es wegen einer zwei. Ah, für jeden zwei? Ja. Damit haben wir noch einen Eisner, wir werden jetzt eh wahrscheinlich Trinkelfarmen. Und wohin gehen wir? In welche Richtung? In welche Richtung? Ja, schon mal. Lass uns noch ein paar Sachen mit. Das ist ein bisschen Holz und, ja. Ich nehm' ein paar Sticks mit. Ah, ist Sticks damit? Ja, mach mal. Äh, Kohle ist dann noch, äh, Fackeln für dich sind dann noch drin. Okay. Ähm, ich nehme hier das Essen damit. Und? Oh lol, du hast das jetzt sortiert. Ja. Schon richtig scheiße sortiert. Na. Ja. Aber ich guck mal aufs Feld. Ja, genau. Und hier können wir jetzt ja wirklich das so laufen lassen. Oh, ja. Oh, das Feld sieht gut aus. Hast du euch heute Nacht laufen lassen? Nö. 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 Ich muss erst, äh, Whitlist drauf machen, dann kann man es machen. Das hast du jetzt gleich macht. Dauert lang. Ja. Aber man will dich ja nicht retten, ne? Das kann man machen, wenn wir fertig sind. Ja. Ah. Ah, das kann halt gewachsen. Ah. Das hier. Da, 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 da. 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 wenn du nämlich die Kat, die 8 Kartoffeln noch kurz braten. Ja, äh, äh, ne Kiste, da liegen eh noch 2. Genau. 6 plus 2 ist in ja 8. Und so, dass ich da nicht bezählt habe, ich habe gerade 8. Inventar bei dir. Ne, ich habe leider nur 6. Ich dachte aber, du bist 8. Nein, ich habe zusammen mit denen in der Kiste 8. Mann, Paddy. Ich muss auch schon sagen. Denk mal weiter. ja ich auch wenn ich dann mit dem Kumpel die Lügen wird die Trennung ist dann einfach mal 4 Köln gebraucht ich bin es kommt mit zwei Verbrauchten um um es ist das Leben ich bin mit sich okay es reicht und auch gut wird sich heute noch mal um dann in der SN Prozent der Kumpel nun gehen wir schneller was ist das jetzt hier eigentlich Keine Ahnung. So. Nächste Seite, hä? Kann ich jetzt hier irgendwas drauf tun, oder? Muss ich bestimmt ein Blatt Papier, oder so? Oh, die Seite da. So eine Seite. Was sind die vielleicht irgendwie? Da so? Nein, da so? Nein, da? Nein, da? Nein, irgendwie... Wie heißt denn das Ding überhaupt? Na, keine Ahnung. Geh doch mal rauf. Du könntest doch bestimmt irgendwie anzeigen lassen, oder? Ähm... Heiko hat sich auch noch genannt, Perry, der den Faker fickt. Oh Gott! Okay, Fanny, wir können losgehen. Writing Desk heißt das Teil. Okay. Kann man das irgendwo in die Mitte packen? Nein, nein, kann man nicht. Ne? Schau doch, mach ich wieder aus. Äh... Da, mach ich noch mal mit dem Schirm zu. Wo bist du hin? Weiß ich nicht. Ach Gott. Okay, welche Richtung gehen wir? Äh... Du wolltest doch mal durch die Wüste durchrennen. Ähm... Weiß ich nicht, ob da wirklich... Da kommen wieder Berge. Ja und? Und... Bei Bergen ist er eher... Ähm... Ich bin letztes Mal in die Richtung gelaufen. Ja, deshalb würde ich mal sagen, einfach in die andere Richtung, oder? Ja, das ist aber Schneebio. Ich kann Schneebio. Achso, das ist Schneebio. Ja, okay, dann gehen wir da lang. Mami. Das heißt, wir laufen einfach hinten durch, oder? Ja! So nah. Ja. Nicht springen, da verbrauchst du Unmengen an Essen. Aber du bist schneller. Hm? Aber du warst schneller. Doch auf normal verlierst du da schneller Essen. Ich glaube, hier geht's ja normal rum. Obst du hier die so will. Braucht gar kein Essen. Oh. Mit meiner Zeit und damals, wenn du nicht rennen konntest. Oh Gott. Du bist von allen gestorben. Hier können wir uns schön Sandstein mitnehmen. Wir werden so schnell, Judy. Mal langsam. Wieso denn? Essen sparen. hey laufst du jetzt ganz normal oder was warum denn essen sparen ach du scheiße so ja oh warte hier geht ne Zuckerrohr mitnehmen hier geht's rein oh 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 Gott ich bin glücklicherweise auf den Erdblock gefallen Kohle mitnehmen 9 viel zu wenig EISEN erst mal an Kohle vorbeilaufen und Eis mitnehmen und wie lange das einfach dauert noch und hier geht's weiter bei mir ne geht's nicht b b b Prozent Prozent Schicht das nehme ich hier das Eisen mit dann leider an ich habe es dann gar nicht dran gedacht an kopf und so ein scheiß ja das ist ein stein oder stein spieler ja ich habe auch noch sechs stein spielzeugen das abkommt begonnen und so was kaputt gegangen ich glaube ich habe schon ab dem kopf zu urteilen nicht so eine spitzhecke das war sarkasmus miau mami das war sarkasmus hier gibt es aber hoffentlich nur ein kopf nur ein was hier sind zwei verschiedene inseln allein schon in der ding in der kiste ok hier ist ende und da geht noch weiter ich habe es auch noch vergessen ok da geht es echt nicht weiter hier ist nach oben weide am halbieren wer beckert ein stein über die bett nicht mitgenommen weiß ich nicht weil ich guck mal kurz wir werden diese richtung hier in diese richtung ja und dann kommen wir zu einer schlucht äh ah ich höre sie warum hat mich jetzt jonas angeschrieben welcher jonas der jonas der schule hier ist auch eine höhle und da geht es relativ tief runter ich bin an der schlucht oh das ist ein creeper das war ein creeper das ist ein creeper das ist ein creeper